Oh, Bike-Arferstraße, Bike-Arferstraße, Scheiße, fuck, oh, mein Wagen ist fast im Arsch, und er ist gleich, äh, scheiße, die Wagen, mein Auto ist kaputt, das zählt nicht, das zählt nicht, das zählt nicht, ich sterbe, ich bleib auch hier hinten stehen. Hallöchen, ihr Unfägen, und willkommen zu einer Special-Folge hier in Borderlands 2, und zwar Borderlands-Folge 100, mit dem Unfägen Baloui, und wir haben uns natürlich gedacht, Scheiß drauf, wir scheiß jetzt mal hier auf Talk, das juckt uns nicht, diese Scheiß-Arena da, wer braucht die schon? Wir machen jetzt unser eigenes, äh, unser, 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 unseren eigenen, äh, unseren eigenen Wettkampf hier, wer von uns beiden fähiger ist, Baloui oder ich, deswegen werden wir jetzt ein Best of Three im, äh, ja, Rennen machen, ihr kennt ja die Rennstrecke noch von der letzten Folge, oder von der letzten, letzten, oder von der letzten Folge? Ja, letzten müsste es sein. Die Death Race. Nee, warte, letzte, ja doch. Ja doch, äh, ja, von der Death Race, äh, die gleiche Strecke fahren wir jetzt zusammen, wer als, als erstes da ist, der hat die Runde dann gewonnen, wir halten an, wir fahren nicht durch, und wichtig ist, wundert euch nicht, wenn ihr morgen die nächste Folge guckt, denn das machen wir, nachdem wir die morgige Folge gedreht haben, weil uns ist erst nach dem Schneiden aufgefallen, oh, sag mal, wir haben schon Folge 100, da haben wir das jetzt noch dazwischen gepackt, deswegen, wundert euch nicht, wenn irgendwie das Morgen völlig auf ein Konzept gerissen ist, und nichts mehr hiermit zu tun hat, oder wir ganz anders unterwegs sind. Schnauze da, Hähne, das ist die Ziele, Schnauze da. Ich würde sagen, Baloui, bist du bereit? Warte, 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 wir müssen doch eben erklären, also wir fahren zwei Runden, und wer diese zwei Runden, wer davon als erstes im Ziel ankommt, hat einen Punkt, und, äh, das Ganze machen wir so lange, bis einer, von uns zwei Punkte hat, äh, und... Ich hab uns gerade jemand organisiert, der uns den Countdown macht. Ja, äh, die jemand, die jemand sagt aber gar nichts. Die jemand. Die jemand, hallo die jemand. Hi. Icy, du musst jetzt für uns einen Countdown machen, wir fahren jetzt ein Autorenn, und du musst gleich, äh, zweimal, oder dreimal, sagen wir dir Bescheid, einen Countdown machen, zähl einfach zum Zehn dann runter, und dann fahren wir los. Und weh, du machst den Frühstatt? Bist du, nein, ich mach den Frühstatt. Ich bin bereit. Deswegen ja, ich bin auch bereit. Icy, zähl runter. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, go! Was, wie unfair war das denn jetzt? Ich hab's gehört, ich bin vorne, ich bin vorne, Walui, du schaffst es. Ja, 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 vergiss jetzt. Du müsst auf jeden Fall da diesen Ding an dir durchfahren, vergess das nicht. Nee, ich vergess das nicht, keine Sorge. Oh nein, oh nein, scheiße. Was hast du gemacht? Nee, ist okay. Ah, Walui, bleib stehen. Du stehst und am Schuss. Ja, ja, ich bleib beschossen. Wow, Alter, schnell weg hier. Ja, ich schieße dich gerade auf dich. Das ist ein Gag auf der Fahrbahn. Da war echt ein mieser, böser Arsch auf der Fahrbahn. Ja, erinnert dich, ich hab's gesehen. Oh, ich kann hier durch, ich kann hier durch. Nein, ja! Scheiße, oh, fuck. Walui, vergess nicht, du musst da vorne durchfahren, ne? Was? Da, hier. Ja. Ja. Mach ruhig. Ich nehme meine schöne Abkürzung. Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Richtig, hab richtig. Walui, du Arsch! So gehört sich das. Ich hoffe, du fällst. Ich hoffe, du... Nein! 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 Nein, nein, nein! Oh, so knapp vor der Wandfahrt. Verfahr dich, verfahr dich! Yes! Gate 1. Und ich bin gleich am Ende der ersten Runde. Oh, scheiße! Und im Ziel. Nein, 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 nein! Oh, scheiße! Fuck, ein Becken, nein! Mach's denn. Du hast dich auch gedreht. Ja! Hä, wieso zielest du da rein? Nein, nein, nein! Zwei Runden, Early! Das hab ich doch gerade extra noch mal erklärt. Zwei Runden! Du hast gesagt, wir halten jetzt! Nein, zwei Runden! Ich hab's mehrmals erklärt. Nein, nein! Ich hab's mehrmals erklärt. Ich warte jetzt hier auf dich. Early? Ich hab's mehrmals gesagt. Das können die Zuschauer bezeugen. Ich komm zurück. Jetzt nicht! Ich steh hier! Du bist so unfähig. Ich hab's doch mehrmals gesagt, zwei Runden. Ja, zwei Normalrunden, hab ich verstanden. Nein, ich hab extra gesagt, zwei Runden hintereinander. Ich hab dich doch extra gefragt. Ja, aber da machen wir eben nur Einzelrunden. Okay, dann eben nur Einzelrunden. Ja, jetzt, ich fahr, nö, ich fahr jetzt hier. Ja, ich bin doch da. Ich sag ja, wir machen jetzt nur noch Einzelrunden. Stell dich da auf deiner Scheiß Position da. Also, da hab ich trotzdem die erste Runde gewonnen. So. Hier kann man endlich nochmal an- und ausmachen. Eisley, merkt ihr, Baloui hat einen Punkt, weil ich hab die erste Runde gewonnen. Okay, ich bin fast zu klein. So, okay. Wir machen nur drei Runden. Ja, wir machen nur drei Runden. Gut. Eisley, komm, warte, warte, komm, gerade ein Monster. 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 Der ist tot. Ich stehe noch auf der Fahrbahn. Das ist ein Südener Biker. Warte, ich kümmere mich um den. Ich habe meine schöne Sniper. Ah, der ist gleich tot. Ich muss nur nochmal treffen hier. Toll, deine tolle Sniper. Wow. Problem gelöst. Okay, so. Eisley, zweite Runde. Zähl an. Zähl von zehn. Oder von fünf. 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 Vier. Drei. Zwei. Go. Verpicklich. Machst du ein Baloui. Du Arsch. Nein, wie er mich abgedrängt hat. Wie er mich abgedrängt hat. Da kommt ein Biker. Ich hoffe, der fährt in dich rein. Und drängt dich ab. Nein, geht weg, ihr Arschlänger. Nein. Äh. Hallo. Savoll. Weg mit dir. Was hast du denn? Ich bin doch vor dir. Nein. Scheiße, wie ich dich anschiebe aber noch mit meinem Turbo. So eine Kacke. Ich bin doch wirklich schon mal. Geht das auf einmal. Nein, du Arsch. Ja, ja. Ich bin doch noch da. Bleib weg. Bleib weg. Du kriegst mich nicht. Ja, hab ich doch schon. Was? Du bist nicht durch das Gate gefahren. Du bist nicht durch das Gate gefahren. Bin ich? Ich hab da echt so... Nein. Darauf geachtet. Nein. Du bist doch unfähig. Ich gehst dir gleich, bist doch unfähig. Bist doch unfähig zu gucken. Oh nein, der darf nicht gewinnen. Ja. Und los, nochmal Turbo. Ja. Und... Wer ist fähig? Yes. Fähig. So. Wer ist der Fähige von uns beiden, du Lutscher? Mann, so eine Scheiße. Ja, oh. Nur weil du gesagt hast, du bist nicht durchgefahren. Ich bin extra nochmal umgedreht, um zu gucken, wo ich längst gefahren bin. Du bist auch dran vorbeigefahren. Ich hab's genau gesehen, du Arsch. Bin ich dran vorbeigefahren. Aber ich guck mir das nachträglich an. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, machen wir jetzt noch eine dritte Runde oder machen wir jetzt zwei? Ja, also wir können noch eine Fun-Runde machen. Aber lass mal zwei Runden hintereinander fahren, weil eine Runde ist so kurz. Ja, okay. Dann stellen wir uns nochmal hin. Ja? Okay. Aber die ist jetzt nur zum Spaß. Gewonnen hab eindeutig ich. Zumindest in dem Autoretmatch. Komm mal hier vorne auf die Startbahn. Mr. Early ist unfähig. Ja, bereit. Ich bin, ich wollte gerade sagen, ich bin unfähig. Bin die gar nicht. Bin bereit. Zähl einfach von zehn runter und sag irgendwann einfach go. Dann können wir uns nicht so drauf vorbereiten. Okay. Zehn. Neun. Early. Acht. Stopp, stopp, stopp. Early ist nicht mehr auf Position. Early hat den ersten Frustart. So. Jetzt nochmal. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Go. Äh. Verpiss dich. Verpiss du dich? Ja. Nein. Oh, Bike-Anhemers-Straße. Bike-Anhemers-Straße. Scheiße. Fuck. Oh, mein Wagen ist fast im Arsch. Und er ist gleich. Scheiße. Die Wartung, mein Auto ist kaputt. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich sterbe. Ich bleib auch hier hinten stehen und warte. Ja, wo soll ich denn neues Auto herkriegen, du Lappen? Du stehst doch direkt nach nebenan, du Unfähiger. Ah ja, stimmt. Stehst du genau neben. Jetzt muss ich mal eben hier, wie ich gerade mal eben mein Leben erhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bringt du mein Auto mit? Hier ist doch direkt eins. Ich warte auch extra auf dich. Komm her. Ich bin nur wegen dir hier stehen geblieben. Oh, du Scheiße. Die Arschlöcher. Ja, echt unglaublich. Jetzt kommen die sogar ins Gag durch den Scheiß-Tunnel durch. Komm her. Da, Ruhe im Karton. Noch einer. Granate. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir wollten an denen nur eine 10-Minuten-Folge davon machen und jetzt? Eskaliert ja hier vollkommen. Scheiß Randallierer hier. Hier vorne ist noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll ich den kaputt kriegen? Kommst du? Ich habe gerade ein Problem. Soll ich dich abholen? Ich habe gerade ein fettes Problem. Ich habe hier einen super badass Gag. Also Korrosions-Gag. Und ich mache keinen Schaden an dem. Moment, Raketenwerfer raus. Oh Gott. Und noch kein Schaden an dem. Und Leute. Keine Ahnung mehr. Was ist das für ein Vieh? Ich mache auch keinen Schaden an dem. Ich glaube, mein Headset ist nervt. Moment. Ich muss noch kurz anschließen. Mal luch ich die Bendeckung. Es ist weg. Da war so ein Typ, der schießt. Ja, aber das... Das Gag ist weg. Wo soll Headset anschließen? So eine Scheiße. So. Jetzt melde ich an. Komm, Headset, los. Headset. Hallo? Was war denn das? Das Gag ist irgendwie weg. Aber die hört mich nicht, ne? Irgendwas ist mit meinem Tum kaputt. Wir fahren early einfach. Mist. Du bist vorbeigefahren, Valerie. Du bist unfähig. Ja, ich weiß. So Headset wieder anmelden. Hallo? Hallo? Nee, hat sich komplett verabschiedet. Gut. Scheiße, das haben wir jetzt dafür. Okay, immer mal ganz kurz. Ich passiere mal kurz die Aufnahme. So, mein herzespiel hat sich gerade verabschiedet. Und deshalb müssen wir jetzt das Spaßrennen auch mal von vorne. Also halbwegs von vorne fahren. Und, äh, ja. Wir würden sagen, zwei Runden machen wir. Ne, Mist. Genau, einfach zwei Runden hintereinander. Und wer Schnellster ist, ist halt Schnellster. Haha. Genau. Gut. Bereit? Einzig? Ja. Countdown einfach irgendwann go und dann let's go. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Go. Oh, fuck. Ich wusste doch, bei fünf go kommen. Ja, ich hab mir auch so was gedacht. Oh. Diese Sch... Oh. Oh. Die nimmt wieder alles mit, was es so mitnehmen gibt hier. Nein. Oh, Mann. Hahaha. Schieb mich doch, early. Das wär sehr nett von dir. Da kannst du sowas von knicken. Denk dran, zwei Runden nicht, dass du wieder im Ziel stehen bleibst. Bleib da gleich stehen. Hm. Maloui, musst du rückkommen. Ja, ja, genau. Vergiss es. Hier, die Abkürzung kenn ich jetzt auch mittlerweile. Maloui ist falsch gefahren. Du bist nicht da durchgefahren. Ich bin da durchgefahren. Bin da durchgefahren als Maul. Noch führe ich. Noch. Ja, los. Mach nochmal Turbo und schieb mich. Das wäre sehr nett von dir. Nein. Nein. Oh, wo fährst du denn? Der Arsch. Sieben, Alter, was sagst du? Ich bin gegen irgendwas Unsichtbares gefahren. Nein, danach eine Leiche. Kannst du das Geld mitbringen? Ja, eine Leiche. Die hält mich auch so super auf. Bleib stehen. Ich bin eine Unsichtbare Mann. Niki bleibst du, kann ich zum Knicken. Nein. Ich bin vorbeigefahren. Du bist vorbeigefahren. Du musst da durchfahren, Maloui. Du musst durchfahren. Er fährt einfach vorbei. Wer fährt vorbei? Wo? Du bist gerade vorbeigefahren, recht. Links. Aber du hast recht. Deswegen habe ich dir gerade noch mal den Vorsprung wieder gelassen. Ja, 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 ja. Habe ich ganz vergessen. Wo hüpfst du denn da her? Das ist ja für eine Abkürzung. Ja, ich habe gar nicht gesehen. Skilletabkürzung ist das. Aber ich brauche gar keinen Garten mehr geben. So, jetzt kommen die Motorbikes. Die fahren Maloui nach oben. Ja, ja, ich gebe dir gleich. Die fahren Maloui nach oben. Hier links. Du musst die Rampen hier links nehmen. Das ist viel schneller. Ja, 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 ja. So eine Kacke. Fress meinen Staub. So, jetzt brauche ich gar keinen Mühe geben. Bus gefahren bin. Warte mal, Ali, warte mal. Mach ich. Okay, abgesehen davon, dass ich einen Checkpoint vercheckt habe. Und, äh, ja, okay. Ich habe nachgeprüft. Ich habe den Checkpoint nicht verpasst. Ja, okay. Und er hat sich das eingebildet. Ja, habe ich mir eingebildet. Es tut mir leid. Mir egal. So, Ali, komm her. Jetzt steig mal aus aus deinem Wagen. Eins machen wir noch. Was willst du, hä? Eins machen wir noch zum Abschluss. Ein Duell. Komm her. Steig aus. So ich doch. Okay, warte, bleib mal stehen. Äh, ich glaube. Wie macht man nochmal ein Duell? Müssen Nahkampf. Beide. Ah. So. Dann. Ja, natürlich schickst du deinen scheiß Mülleimer auf mich. Du Arsch. Komm her. Bleib stehen, du Lappen. Komm her, Malou. Gib dir da. Komm her. Und, und, und. Jetzt nur noch ein Treff. Und, boah. Was? Dein scheiß Mülleimer hat das gemacht. Nicht Mülleimer, meine Schroppflette. Die ist jut. Können ja gerne noch eine Zeit auch eine machen. Warte, ich muss erst reg'n. Ah, wie reg' ich denn jetzt hier? Müll nicht reg'n. Das kann ich nicht reg'n. Gibt's hier Automaten? Nee, natürlich, nee. Reg' Automaten? Ja. Leck' Automaten. Irgendwie, äh, ja. Da hinten, ich Dingens. Komm her, hier hinten. Dann machen wir hier das Duell. Nicht da ein bisschen... Ja, ich heil mich jetzt gleich. Ja, da gibt's Leben. Ich heil mich jetzt gleich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, okay. Komm her. So, ich benutze extra eine andere Waffe für dich. Ah, ah. Er ist verboten. Los. Er ist nicht verboten. Mach ruhig. Was? Mach ruhig. Nee, Raketen werden verboten. Wirklich? Das war runter. Nee, das zählt nicht. Zählt nicht. Das gibt's nicht. Okay, Raketen werden verboten. Ich hatte mir den extra bereit gelegt. Das ist auch damit verboten. Okay, komm. Dann jetzt mit normalen Waffen. Nix hier. Ihr habt gar keinen voller P. Mir doch egal. Geh weg. Du Feichling. Meine scheiß Schrotfinnen treffen dich überhaupt nicht. Was soll denn der Scheiß? Hallo, ey. Hä? Ich hab so fett schnicken. Du aß, das ist ein scheiß unfair. Die haben überhaupt nichts gemacht. Guck mal, die Granaten explodieren jetzt. Die haben gerade getötet. Einer hat die Granaten töten. Das war die Schrotflinte, du Lappen. Das war die Schrotflinte. Das war die Schrotflinte. Das war die Schrotflinte. Das war die Schrotflinte. Nimm an. Zeit für die Superroboter. Du hast ein scheiß Roboter. Das ist übrigens mal ein Sniper. Der Roboter, der heilt mich nur. Komm her jetzt. Och Mann. Das Scheiß Roboter ist viel zu stark. Wenn der einen angewoffen mich macht, dann bin ich sofort tot. Immer noch zwei duelle Gewinne für den Bärtersrang. Naja. Naja, ich bin so tot. Du Arsch. Das war verboten. Blutwurst. Guck mal, mein Mülleimer war sogar so freundlich und hat dich hier dingelt. Du Arsch. Verdient. Unfairer Kampf. Was denn? Was da an Unfair? Was da an Unfair? Boah, du Arsch. Badass ragen Level ab. Hast du auch schon? Ne, hab ich noch nicht. Dann hau mal wieder da. Sind wir noch so frei und lassen ihm unfähig eine Chance? Hast ihn jetzt? Nein, einen muss ich noch. Komm her, gib her. Gut. Super. Hast du gehört, was du gesagt hast? Ne, haben wir nicht. Boah, du nervst. So ihr Lieben, ich würde auch sagen, das war das Special zur hundertsten Folge. Ja, Early Boys sind Autofahren unfähig und ich bin im Schießen unfähig. Ich bin im Autofahren unfähig, wer hat jetzt gerade die Fun-Runde noch gewonnen? Ja, die Fun-Runde zählte aber nicht zum Hauptspiel. Bla, bla, bla. Die zählte nicht zum Hauptspiel. So. Ja. Genau. Und in Folge 102 geht es dann weiter mit dem Stand, den wir jetzt haben. Genau. Deswegen wundert euch morgen nicht, wenn da irgendwie was krumm und schief ist und wir ganz woanders unterwegs sind. Dann machen wir nämlich Death Race Stufe 3 und dann sind wir alle glücklich. Ja, wir machen nicht mehrñõ. Ja, wir schauen ob wir das wirklich schaffen in der Zeit. Hau nrein. Bis dann. Schreib'm wiederum. Tschüss. Danke Éisley. shooter Yeah.